Keine Panik, ich muss hier irgendwie mal das Licht anmachen. Das geht, glaube ich, gar nicht. So, ich gehe jetzt mal nach unten und benutze das Insekten-Spray. Das mache ich jetzt als erstes und dann gehe ich hier nochmal rein und gucke mal, ob wir da vielleicht einen Speicher-Pan finden. Wie war's? Hier war ja nur Quatsch. Blutige Hand, aber sonst nichts. Grusel, Grusel, Grusel. Jetzt sollte ich doch Outlast spielen. Aber da ist der Hype im Moment noch zu groß und da warte ich lieber noch. Außerdem ist White Day ja auch mal was anderes. So, aber worauf? Ja, dann benutze doch mal bitte... Ah, cool. Ach, cool. Jetzt kann ich hier so... Ah! Ah! Was willst du denn? Ja, ich... Mal hierher. Was kann ich jetzt machen? Wie geht's mir? Es geht mir noch gut. Ja, das Blöde ist, was soll ich denn hier... Ah! Weg? Mädel, weg! Geh hier. Weg. So, ich brauche jetzt mal ganz kurz Zeit, um nachzudenken. Soll ich hier vielleicht? Ja? Soll ich hier die Säure... Ich brauche noch mal hier vielleicht... Ah! Ah, auf die Keile! Hey! Oh! Mir geht es gar nicht gut. Mir geht es gar nicht gut. Verdammt! Verdammt! Oh! Geht hier schon wieder besser. Und dann nochmal die Säure ausrüsten. Ja, komm! Ich komme da nicht rüber. Nein, ich komme da nicht rüber. So, jetzt habe ich eigentlich alle getroffen, oder? Soll ich ja nicht, was ich noch machen soll? Den habe ich schon... Ah, ne. Einfach mal mehrmals flicken. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte ich nochmal nach oben gehen. Aber hier kann ich ja nichts machen. An dem Baum selber kann ich ja nichts machen. Hier kann ich ja auch nichts tun. Wo ist die doofen Kugel? Sebastian, ich glaube, ich gehe mal nach oben. Das bringt da ja anscheinend nicht wirklich viel. Außer, dass ich mir hier sehr weh tue. Und dann nochmal. Ich möchte speichern. Das ist so droht. So, jetzt bin ich auch mal vorsichtig. Was war das? Hier kann ich ja erst recht nichts machen. Ich muss ja unten was machen. Da, guck mal, da oben. Ja, ja, ja. Okay. Ah, raus! Das ist natürlich doof. Also, ich muss nach unten. Auf jeden Fall. Ich muss unten was machen. Und ich hoffe, ich bin jetzt immer noch gegen die Insekten geschützt. Dann haben wir ja wieder ein Spiel ausgesucht. Und im Hintergrund lädt das Konnichi-Video hoch. Ich hoffe, dass es dann auch oben bleibt. Ich mache mal einfach ganz oft hintereinander. Das bringt nichts. Was wollt ihr von mir? Nein, nein. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, du bist aber trotzdem, nein. Nein. Ich dachte jetzt, ich kann nicht hier noch irgendwie verbrennen oder so. Ach, guck mal, wenn die rot sind. Ja, kann mir das mal jemand sagen? Ah! Hilfe! So, jetzt muss ich warten, bis die rot sind. Dann warten wir mal hier. Ja, mach doch mal. Da! So, next piece. Los! Verdammt. Oh, ich muss wirklich aufpassen. Ich werde das nicht nochmal von vorne machen. Sebastian nimmt es einfach mal so ein. Perfekt. Geh weg. Ja. Lass mal. Okay. Wo bin ich jetzt? Danke, junge Dame. Und jetzt da hin. Ja? Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Yeah. Ja. Ja. Äh, da oben sind Gesichter. Äh, hier sind überall Gesichter. Huh. Äh, das ist ja ekelhaft. Was hat aufgehört? Ich muss nach oben. Ah, das ist schwere Geburt. Schwere Geburt. Ich komme Hongkong Pui. Nein, natürlich. Das macht mir nicht darüber lustig. Mist. Das ist ein Abolett. Ah. Oh, ich seh den. Ich weiß, wo ich mit dem Abolett hin muss. Und ich würde sehr gerne speichern jetzt. Ah, tut das so gut. Das tut wirklich gut. Ah. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Oh, ich bin der Fall. Oh, ich bin der Fall. Ich weiß es nicht. Beruhige dich. Ich bin nur ein Problem. Ich sage dir, was du in der Schule gekommen bist? Ich bin wirklich? Das ist wirklich? Ich habe das, was ich in der Schule gekommen bin? Ich glaube nicht. Und sie ist heute so schön. Ich glaube, dass sie etwas ist. Ich glaube, sie ist nicht so schön. Sie sind so blind, sie sind zu retten. Was ist das? Drei Sachen, die ich erzähle. Sie wissen, was ich? Herr, du bist auf jeden Fall. Ich liebe dich, ich bin nur auf jeden Fall, ich bin nur in den Tag, wenn ich mich hierherkomme, dann bin ich auf jeden Fall aus. Du bist so auf jeden Fall? Ja, du denkst du das sich auf jeden Fall? Oh, was soll ich das? Ja, was machen wir jetzt? Ups, zu spät. Warum hat sie das gemacht? Ich nehme mal das. Oh. Hm, hör mal das. Oder das? Hümen ist sicher hingewesetzt. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Vor allem... Entschuldigung. Vor allem, wieso ist die denn so aggressiv? So, so aggro, so zickig, so... Hm. Weißt du, was ist das Erste, was ich jetzt mache? Ich werde mir jetzt so ein Pen suchen. Und gerade die Entscheidung, ob ich hier folge... Ob ich hier folge oder einfach dem Schrein hinterher laufe. Beziehungsweise denen folge. Die Entscheidung, die... Ich musste mich innerhalb von einer Sekunde entscheiden. Ich brauchte noch ein wenig Überlegungszeit. Und die hatte ich nicht. Weil ich wollte nämlich eigentlich den Schrein dann doch folgen. So. Ich geh jetzt nochmal dahin, wo ich... Das war doch hier, oder? Boah, das ist so gruselig, das Bild. Genau hier war's. Kann ich das nehmen? It's a note. It's a note. Notes sind immer gut, wenn man die am Ende mal durchlesen kann. Jetzt gerade möchte ich mir die nämlich nicht durchlesen. Ich möchte einen Stift finden, damit ich speichern kann. Denn seltsamerweise sind alle meine Stifte weg. Wow. Es hält sich ja noch im Grenzen mit dem Gruseln hier beim Spiel. Aber es ist doch eigentlich ganz interessant, oder? Ich glaube, wir können jetzt hier rein. Weil ich habe ja irgendwie einen Schlüssel von Generalschlüssel, ne? Das ist der Master Key. Na? Ne, den kann ich hier nicht benutzen. Dann nochmal zurück. Ich weiß, dass ich das Amulett benutzen muss. Da finde ich ja unterwegs irgendwo einen Stift. Sollte ich nochmal in die Klassenräume gucken? Ich bin ein wenig verwirrt. Ich muss zum Glück keine Bälle mehr suchen. Es sei denn, das Spiel stürzt ab. Oder ich sterbe und muss das alles nochmal machen. Wegen der Hausmasse werde ich jetzt auch mal ein bisschen langsamer laufen. Ab und zu. Hat er hier überall das Licht angemacht? Nein. Da ist der Eimer. Ich gehe an der Seite vorbei und werde ihn nicht berühren. Gut. Ich habe mich ein bisschen vor diesem... Ah, da ist noch was dann. Vor diesem Ventilator. Oder was ist das? Das Schrauben. Jaaa! Partyhart! Direkt mal speichern. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da! Speichern! Yes! Und... Da! Juhu! Ich bin gar nicht da! Hm... War hier nicht gerade noch jemand? Moment! Er hört mich nicht! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Kannst du jetzt mal abhauen, bitte? Kannst du jetzt mal abhauen, bitte? Der geht gar nicht weg. Vielleicht muss ich wieder wegrennen. Hallo! Guck mal! Guck mal! Der hängt, glaube ich. Hängt der? Hm? 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 Okay! Hau rein! Ich bin weg! Blöder Hausmeister! Das ist doch eigentlich das Größeligste am ganzen Spiel! Das ist nicht mal das Mädel? Also der Geist? Sondern wirklich nur er! Ich bin viel schneller als du! Du alter Pindelmann! So... Ah! Oh Mann! Ich habe mich... Oh Gott! Ups! Upsana! Ja, was war das denn? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet! Aber ja, junge Dame! Ich weiß, dass ich jetzt dieses Amulett hier einsetze! So, danke für den Hinweis! Was? Wie bitte? Hierher? Achso! Gut!